Du hast ihn dir ja nicht mitgenommen. Doch, habe ich. Okay. Ja, apropos, vielleicht sind da noch mehr Dias. Ehrenmann? Ja, komm mal runter, Bro, ich bin tot. Ich bin ein bisschen jung. Jo. Ich bin am Brot essen, Junge. Trink mich nicht zum Lachen. Brot fressen. Scheiß Deutscher. Brauchst du mich gerade ein? Sind meine Blöcke ausgegangen? Buh. Nö. Das ist der Flair. Ich habe Ping-Vorteil, Bro. Wenn es darum geht, sammle ich es immer zuerst ein. Gut, das ist nicht Unrecht. Und ich habe Movement. Gute Nacht. Oh, ich kann nicht Gute Nacht. Gut, dass der nicht hinter mir her ist. So ein Huch ist drin. Der wird direkt hier. Der wird nicht aufhören. Der ist ein Film. Der ist ein Film. Der ist ein Film. Der ist ein Film. preise da will ich nicht einkaufen ja da geht der typ raus denn da lässt er mich jetzt so einer ist ja also kohle nein tut mir leid gut gemacht ja Du hast sie erst geschlagen. Das ist so gut, dass wir keine Runde haben. Du hast meine gekillt. Ja. 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 Problem damit? In Deutschland sagen wir Hi. In Deutschland sagen wir Hi Linda. Hi Bubu. In Deutschland sagen wir Hi Linda. Ich will ein Volk einreichen. Ein Kommentarbereich. Ein Rhyme. Lass mal plündern und töten und morden. Darf ich dich einbauen neben dem Golem? Oh, war der Shooter? Dann konnten sie ja auch noch irgendwo. Nein. Ich kasse Kinder. Oh, hier ist einer. Ist er mad auf mich? Du musst ihn mal boxen. Nein. Irgendwas hat bei dir kaputt gemacht. Du hast meine Jesus kaputt gemacht. Was kann ich dafür, dass du so viel Schaden kriegst? Warum gehst du so schnell auf die Füße? Oh, hier kommt was. Du kennst doch meinen Gehtisch. Du kennst doch meinen Gehtisch. Da sind Pfeile drinne, falls du sie willst. Ey, das ist so dreißig. Komm, Puff. Wo? Da bist du. Das ist nicht so hoch, wie du morgen sein wirst. Ich freue mich morgen. Ihr müsst wissen, er hat das ganze Jahr darauf gewartet, dass er sein erstes Bier trinken darf. Ich darf morgen meinen ersten Zockerwürfel essen. Schade. Du siehst da hinten ja die einzelne Birko, oder? Wo? Beim Weißen Berg. Ja. Die hat einen Bienenstock dabei. Das ist eigentlich ziemlich selten. Ich habe schon drei gefunden. Auch bei so einer hohen? Ja, das stimmt eigentlich. Diese Welt ist ziemlich scuffed. In den ersten zehn Minuten hat es zweimal gefühlt geregnet. Dann hatten wir Skelettpferde. Wir hatten vier Dörfer direkt nebeneinander. So 100 Block Abstand jeweils. Und, äh, genau. Einmal Skelettpferde. Und zweimal pinke Schafe. Richtig weird. Wie gesagt, ich finde, das ist ne, das ist ne große Birk. Ja. Wo bist du? Ja, das ist die mit dem Bienennest. Warte, ich muss kurz... Okay. Ich wollte dich reinschubsen. Ein Smoken. Oh, gute Idee. Ich hab halt kein Essen mehr. Ich muss...